Der Blick wandert zu einem Tor auf einem Bolzplatz. Im Splitscreen rechts eine marode Mauer mit einem Fußballsymbol. Darunter in blauer Schrift im Käfig. Links Davy Selke trifft seinen Vater. Selke, schwarzhaarig, in grauem Trainingsanzug, kickt einen Ball auf einem Bolzplatz. Ein Dunkelhäutiger in brauner Sportkleidung kommt. Ich bin Davy Selke, bin schneller bei Hertha BSC. Aufgewachsen im Stuttgarter Kreis, in Winterbach. Hab da auch im Käfig gespielt immer. Bei mir war es ein Gummipplatz. Mein Name ist Teddy Rupp. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin der Papa von Davy. Aufgewachsen in Reutlingen, geboren in Äthiopien. Ich bin gelernter Sportlehrer. Es gab auf der einen Seite den Davy, der ein bisschen entspannter war, der gerne zu Hause war, der gerne Zeit mit der Familie verbracht hat. Lieblings-Hobby von uns beiden, auf der Couch liegen, chillen. Und klar, am Anfang auf dem Platz war natürlich dieser hitzköpfige Davy. Weil es für mich damals extrem schwer war, mit Kritik auch von euch, die nur das Beste wollten, umzugehen. Weil es für mich damals in der Pubertät, du denkst, du weißt alles besser und brauchst eigentlich keine Tipps. Du willst deinen eigenen Weg gehen und da war es dann immer schwer. Also man muss mir nicht sagen, es gibt jeder Mensch, also keiner mag Kritik, sowieso nicht. Ich will auch nicht kritisiert werden, ich kenne niemanden, der kritisiert werden will. Und dann natürlich, klar, Trainer, Family, jeder zählt dir was. Stimmt, dass ich da gesagt habe, okay, eure Meinung hat da für mich nochmal einen anderen Stellenwert und nehme ich für mich nochmal anders wahr. Bedeutet, wenn ich von euch Kritik dann bekomme und euch was aufgefallen ist, dass ich das dann für mich einfach auch ernster genommen habe. Und gesagt habe, okay, wenn es wirklich auch meinen Leuten auffällt, meiner Familie, dann muss ich daran arbeiten. Selke und sein Vater geben sich die Hand, drücken eine Schulter aneinander und klopfen sich freundschaftlich auf den Rücken. Ich glaube, für mich quasi die Entscheidung, mache ich jetzt auf Superdad, dieser moralische Apostel, diese Institution, der immer alles richtig gemacht hat, komischerweise in der Jugendalter. Oder ich habe gesagt, okay, gehe ich offen und ehrlich auch mit meinen Fehlern um. Das war mir ja auch wichtig, die Meinung. Ob wir da über Drogen geredet haben, ob wir über Alkohol, über die Folgen und alles so. Da kann ich mich gut erinnern. Da habe ich auch schon gemerkt, wir kommen besser miteinander klar, wenn ich ehrlich bin zu dir. Und dass du dann auch das Gefühl hast, dass du mit mir über alles reden kannst. Ich habe die Partys halt genommen. Ja, stimmt. Jede? Aber du hast schon mal, ja, stimmt. Du hast aber auch gesagt, Man muss damit dann... Man muss mit den Konsequenzen leben. Genau, mit den Konsequenzen leben. So. Wenn man sich für den Weg entscheidet, richtig lohnt, tut es sich dann nicht im Endeffekt. Es lohnt sich wirklich nicht. Selkie jongliert mit dem Ball und kickt ihn Volley auf ein Tor. Er trifft den Pfosten. In Slowmotion, lachend, winkt er ab. Es gab natürlich auch Trainer, die waren ein wichtiger Verein. Es gab Trainer, die waren vielleicht nicht so wichtig. Vielleicht sportlich gut, aber menschlich nicht. Es gab immer die, die so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, denen geht es wirklich um mich. So, die beschäftigen sich mit mir als Person. Die wollen, dass was Gutes für mich. Die setzen sich mit mir auseinander, so wie ich es natürlich von zu Hause auch gewohnt war. Selkie schießt seinem Vater den Ball zu. Der nimmt ihn mit dem Knie an und kickt ihn mit dem Fuß hoch. Unter dem Logo im Käfig die Links zu Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat und der Webseite www.imkäfig.de